Also mit dem Schwarzwälder verbinde ich ganz klar die Dani bei uns in der Mannschaft. Dani! Der Klassiker ist natürlich der Bollehut dazu. Ja, der Feldberg, der ist natürlich mein Zuhause. Meine Teamkollegin, die Maja Dani, hat schon öfter den Schwarzwälder Kirsch mitbracht. Der Ausstieg bei der Schwarzwälder Kirschstadt war voll geil. Ja Dani! Coole Leute, einfach wir fühlen uns dort wohl. Speck, Kuckucksuhren und jede Menge Wald.